Schon wieder eins von diesen Biestern! So, das war's mit dir, du! So, das war's mit dir. So, da ist nichts zu holen. So, das war's mit dir. So, da ist nichts zu plündern. So, da ist nichts zu holen. So, da ist nichts zu holen. So, das war's mit dir. So, da ist nichts zu holen. So, das war's mit dir. So, das war's mit dir. Hey, hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es vier Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Lass uns mit dem Training beginnen. Bring mir erst mal was zu trinken. Lass uns mit dem Training beginnen. Bring mir... Was hast du anzubieten? Hey, du! Hier, hast du was zu trinken? Mir geht's schon viel besser. Ha, ich könnte Bäume ausreißen. Lass uns mit dem Training beginnen. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir aus deinen verstaubten Paladin-Knochen rausholen, was? Was? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Komm wieder, wenn du... Komm wieder, wenn du... Hey! Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe ehrlich, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Sonst alles klar? Jetzt nähe ich's, mir ist kalt. Ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Hey, du, Paladin. Geh wieder zu deiner Erzmine. Hier gibt's nichts zu holen. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel dir nicht den starken Mandowürstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen voll. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir, tausend Goldmünzen. Ist das nichts? Ich lass mich auf deine Spielchen nicht ein. Ach, dann verschwinde doch, du Feigling. Ich lass mich auf deine Spielchen nicht ein. Ich lass mich auf deine Spielchen nicht ein. Das war's für heute. 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 sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sobald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Hahaha, frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Ich bin Finkrek, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Macht dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind. Er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Die Kraft des Auges ist erloschen. Ich handele stets in Innausnahmen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Moment, halten Sie sich zurück. Hier, ich gebe dir. Untertitelung des ZDF, 2020